Yoshi Challenge Welt 7 Super Mario Bros. 2 Letzte Folge heute für dieses Projekt, ehrlich gesagt nicht für heute, aber heute ist auch die letzte Folge. So, Tort on Peach, also die letzten Eier. Hier nicht gleich irgendwo schon ein Ei. Es darf bloß nicht kaputt gehen, wie wir sagen. Ja, sehr schön. Wir gehen da rein, da gibt es auf jeden Fall einen Pilz. Nein, nicht tot. Probier ich mal ein paar Münze mehr mit. Schöne Punkte. Testschöp. 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 Cool. das ist ja jetzt ab und so ein geier drauf alter richtig dumm er drückt sich alleine ein langer weg hier nach links zu fliegen da kommen ja drei stücke auf einen hausen habe ich hier ein herz ich weiß genau dass ich gerade springen will gönn dir jetzt mal Fällst du da? Kommt's hoch? Fällst du da? Aber okay. Das war jetzt gleich hier irgendwo. Ich erinnere mich. Aaaaah! Geh in die Kugel rein. Was ich direkt hier schon? Nein, rüber! Komm ich nicht hin. Moment? Jetzt. Ja, sehr schön. Puh! Wie war nicht? Witzigzeit, groß ist. Ich wollte einfach nur... ...fein... ...herz sammeln. So, jetzt. Ich wollte einfach nur... ...fein... ...herz sammeln. So, jetzt. Eifer hinterher. Easy. Let's level. Hier kommt jetzt. Speedstabes machen. Cheers, der Player! Auf welchen Weg geht er als erstes. Ah, hier ist Chaos. Und dann... ...dann wir zog die einigen Sachen. Kann man nicht zurückspringen einfach? Ah, schnell durch. Ich lege jetzt erstes hier lang und dann den anderen Weg. Ich weiß, wo die sind, deswegen können wir einfach durch. Ja, einmal muss so getroffen werden, das ist doch ganz klar. Juhu. Halt dich fest. Dann können wir gleich wieder einfach runterlaufen. Brauchen nicht den ganzen Weg laufen. Zwei Punkte sind zwei Punkte. Äh, war jetzt nicht ein Ernst, oder? Ja, da wird's. Und das erste Ei. Leider keine Pilze jetzt. Aber wenn wir jetzt nochmal renken. Dann vielleicht noch Pilze jetzt. Schade. Sehr geil. Linden, DЫН, DÄN, D devo, hoo-hoo-wo-oh-oh,A hamam., Muuu, hm uh uh, uhm. So, weil du auch vorsicher sein musst als vorher. Aber wenn ich durchgehe. So, wir gehen zurück. Jetzt ist aber eher was. Das ist ja auch kein Fisch. Mann, dann den Weg. Warte, das ist eigentlich Treffer. Der Anfang kann schon wieder. Ein, paar, durch, durch, durch. Nur, ein, ja. Hier das zweite Ei. Fragebar jetzt mal wo? Und, da unten raus sogar! Oh, nein. Bombe in Stimmung hier. Können wir hier noch eine Tür noch machen? Gab es hier nicht noch einen Pelz, sehr schön. Einmal hoch, noch zu weit weg. Ah, springen! Ja, ich laufe jetzt durch, wir gehen gleich jetzt, ne? Na schnell, erster Bus. Ah, komm, ein Spucker, ja. Nehm ich! Und dann spuckt's auf einmal dreimal. Okay, sehr schön. Erstmal Herze gönnen. Frag mich warum. Ich bin der große Wart, ha ha ha! richtig dumm gerade angestellt schade ich glaube ich war immer herz gekommen aber leider schafft mir keine 1 jungen punkte etwas zu früh die patschkontaktion zu spät Okay, drei, vier Treffer. Oh, das war richtig dumm gerade. Ah, nehmt doch dieses scheiß Gemüse. Ah, best. Languntergang! Streich gerade genau in den Brinnen? Wurde nicht getroffen? Ah, komm, konzentriere dich mal. Dankeschön. Mist, nicht mehr viele Punkte füllen. Das ist ein Juni. Ja, schade. Die andere Fahrt durchgelocken. Mehrere Wege, ne? Somit die letzten Jahre befreit. Yes. 40 von 40. Perfekt. Das stimmt, das ist sehr perfekt. Ja, geil. Bringt nichts mehr, ne? Wir haben alle... Ja, schieß. Und somit dann das Spiel. Zweimal. Weil ich noch beenden. Auch. Und das ist ja hier unten rechts. Ist er oder jetzt? Ausgeschlüpft. Das war's dann auch schon. Super Mario Advance. Super Mario 2. War mal wieder neu. Ist das Spiel durchzuspielen? Komplett einmal. Und dann noch hier zusätzlich die Yoshi Challenge. Die war richtig nice. Bis dahin. Bedankt mich herzlich fürs Zuschauen. Tag. Nur noch ein paar Masse. Der Fittenschritt. Und... Schau.